Die Analyse von internationalen Konflikten ist immer wieder ein gern genommenes Abiturthema in Form von einem Text oder zum Beispiel einer Karikatur. Um das Ganze gut bewältigen zu können, habe ich euch hier eine kleine Zusammenfassung zusammengestellt. Mein Name ist Martin Türk, meine Seite ist future-teach.de. Das Ganze stützt sich vor allem auf Quellen von der Bundeszentrale für politische Bildung, natürlich an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen angereichert oder modifiziert durch mich. Fangen wir erstmal mit der wichtigsten Frage ganz kurz an, internationaler Konflikt, was ist das? Das ist jetzt eine etwas geänderte Wikipedia-Definition. Es ist aus meiner Sicht eine Auseinandersetzung zwischen Staaten oder zwischen einem Staat und paramilitärischen Organisationen oder Gruppen- und Aufständischen innerhalb des Staates. Das kann natürlich bewaffnet, aber auch nicht bewaffnet sein. Ganz wichtig ist hier der Begriff Staat, also ist es immer ein Staat beteiligt. Und in dem Zusammenhang muss man sich natürlich bei einer Konfliktanalyse auch die Akteure anschauen. Wer ist das? Bei Staaten kann das natürlich verschiedene Arten von Staaten sein. Hier gibt es zum Beispiel den transnationalen eingebundenen Staat. Das sind also zum Beispiel Staaten wie Frankreich, England, Australien, die international in Institutionen, also UN, WTO und anderen Sachen gemeinsam mitarbeiten, die in den Welthandel eingebunden sind, die einfach ja ein Teilnehmer der globalen Gemeinschaft sind. Es gibt natürlich aber auch einfach nur Nationalstaaten, die jetzt nicht international eingebunden sind oder die eben wirklich eher unbedeutend sind. Beispiel wäre jetzt hier vielleicht Nordkorea. Das war ein Nationalstaat, ist das aber international nicht eingebunden oder eher isoliert ist. Und dann gibt es natürlich noch ganz wichtig den Begriff der Failed States, weil gerade bei Failed States oft Konflikte vonstatten gehen. Failed States sind halt gescheiterte Staaten. Das sind Staaten, die die interne Ordnung für den Bürger nicht gewährleisten, nicht aufrechterhalten können. Also Polizei und vor allem Sicherheit funktioniert nicht. Hier zum Beispiel Afghanistan oder auch Somalia in der Vergangenheit, wo dann teilweise kriminelle Gruppen oder Clans oder was auch immer nur teilweise regiert, aber weite Teile des Landes in einer Art Anarchie sind, wenn man das so formulieren möchte. Daneben gibt es natürlich auch innerstaatliche Akteure, die man sich bei einer Konfliktanalyse auch bei Texten oft anschauen muss. Das können zum Beispiel jetzt der Regierungschef sein oder einzelne Minister, Wirtschaftsminister und so weiter. Auch die Zivilgesellschaft spielt oft eine Rolle, gerade Gewerkschaften, weil oftmals die ersten Proteste und Unzufriedenheiten in der Bevölkerung von Gewerkschaften ausgehen. Also das würde man als Zivilgesellschaft bezeichnen oder auch natürlich die Kirche oder die Religionsgemeinschaft innerhalb eines Landes ist auch durchaus Zivilgesellschaft oder zum Beispiel Witwen. Also Krieger widmen oder auch andere Teile halt. Daneben natürlich ganz wichtig bei der Konfliktanalyse sind die internationalen Institutionen und NGOs, also nichtstaatliche Akteure wie zum Beispiel die Weltbank, die Welthandelsorganisation, WTO, die UN, die NATO und was es da halt alles gibt, die oft bei Konflikten eine wichtige Rolle spielen. Dann kommen wir jetzt zu der Art des Konfliktes. Das ist natürlich auch entscheidend in der Analyse, dass man hier zu einem richtigen Schluss kommt. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Arten. Hier einmal einige der wichtigsten und bekanntesten. Zunächst einmal natürlich der zwischenstaatliche Krieg. Zwischenstaatliche Krieg ist natürlich, wenn ein Land, also ein Nationalstaat gegen einen anderen Nationalstaat offiziell oder auch inoffiziell Krieg führt und sich quasi auch die Armeen zweier Länder unter Umständen gegeneinander stehen. Das ist dann ein zwischenstaatlicher Krieg. Dann haben wir den Stellvertreterkonflikt. Das ist, wenn zum Beispiel in einem Land wie Jemma als Beispiel, Iran und Saudi-Arabien eigentlich de facto einen Krieg austragen mit verschiedenen Gruppen, die sie unterstützen, aber selber als Nationalstaaten nicht ihre Armeen gegeneinander schicken. Das wäre ein Stellvertreterkonflikt, also hinter dem Land, in dem das ausgetragen wird. Allerdings stehen eigentlich de facto andere Länder, die das Ganze befeuern. Bürgerkrieg, auch sehr wichtig, ist dann natürlich, wenn die Bürger eines Landes sich zum Beispiel auflehnen gegen die Regierung oder auch untereinander Krieg führen. In dem Zusammenhang kommt es natürlich auch oft, ich springe jetzt gerade an der Stelle zu einem Antiregimekrieg, wenn also die Bürger in einem Land, ich glaube in Myanmar war das so, versuchen, ihre Regierung beispielsweise gewaltsam abzusetzen. Autonomie und Sezessionskriege, das ist dann, wenn eine Bevölkerungsgruppe innerhalb eines Landes versucht, sich unabhängig zu erklären von einem Land. Beispielsweise, wenn Kurden versuchen, sich von der Türkei unabhängig zu erklären, könnte man als Autonomie oder Sezessionskrieg aus meiner Sicht bezeichnen. Dann gibt es natürlich auch Guerillakriege, wobei das eher schon fast eine Kampfform bezeichnet. Das ist dann, wenn eine Partei oft schwächer ist und nicht mit einer Armee gegen eine andere Armee kämpft, sondern eher aus dem Hinterhalt sozusagen angreift und sich dann wieder zurückzieht. Also gerade Antiregimen und Bürgerkriege können auch oft zu Guerillakriegen natürlich werden. Dann eine Form, die es heute so in der Regel nicht mehr gibt, ist Kolonisations- und Dekolonisationskrieg. Also früher, wenn eine Kolonialmacht, sowas wie Großbritannien oder auch mal früher Frankreich, in Afrika Länder angegriffen hat, um die Regierung unter ihre Kontrolle zu kriegen und eine Kolonie draus zu machen, die sie per Handel ausbeutet. Und natürlich dann, wenn das entsprechende Land sich dann wieder unabhängig erklären möchte, aber die Kolonialmacht das nicht zulässt, dann kam es zu Dekolonisationskriegen. Aber das ist heute weitestgehend vorbei, weil die meisten Länder keine Kolonien mehr sind. Handelskrieg habe ich mal hier aufgenommen, in Klammern, weil Handelskrieg natürlich eigentlich eher ohne Waffen geführt wird. Ist aus meiner Sicht aber auch wichtig, weil oft viele Konflikte von Handelskriegen begleitet werden oder auch ein Handelskrieg eine Vorstufe sein kann und dies natürlich auch geschichtlich schon immer gab. Also gerade jetzt haben wir viele Handelskriege gesehen, zum Beispiel gegen Russland oder auch mal USA, gegen China. Aber ich glaube, historisch gab es auch schon einige. Ich bin jetzt kein Historie-Experte. Ansonsten widersprecht. Katargo und Rom, glaube ich, war zeitweise auch handelstechnisch geführt. Aber gut, kommen wir zu Ressourcenkrieg. Das wird sehr oft gesagt, dass Kriege Ressourcenkriege sind. Muss man natürlich genau hinschauen, also dass man einen Krieg führt, einfach nur, um an zum Beispiel Öl von einem Land ranzukommen oder an die Gasreserven oder an, weiß ich nicht, seltene Erde oder halt an die Ressourcen dieses Landes zu kommen. Also wird sehr oft unterstellt, gerade dem Westen. Dann haben wir natürlich noch das Befriedungskriege, auch eine neuere Form, also dass man sagt, da ist jetzt ein Krieg, zum Beispiel im Kosovo, wo Serben und Albaner oder sowas gekämpft haben. Und es kommt kein Frieden zustande. Die Akteure sind dazu nicht in der Lage. Und wir gehen jetzt rein mit Truppen, also andere internationale Staaten oder transnational eingebundene Staaten gehen da rein, um das Ding zu befrieden. Dann ist das ein Befriedungskrieg. Oder auch zum Beispiel Antiterroreinsatz. Das war der Afghanistan-Krieg. Ich habe das jetzt in Anführungszeichen gesetzt. Wird als Antiterroreinsatz dann bezeichnet, um dort den Terror in dem Land zu beenden, der halt unter Umständen andere Staaten dann sozusagen stört. Wird natürlich auch oft dann als Rechtfertigung genutzt. Zum Beispiel gerade von Russland hinsichtlich Ukraine-Konflikt wird der manchmal auch als Entnazifizierung oder auch hin und wieder auch als Antiterroreinsatz bezeichnet. Was es natürlich nicht ist, das ist eher ein verdeckter zwischenstaatlicher Krieg. Also diese Kriegs- und Konfliktarten können teilweise überlappen. Es können auch mehrere de facto der Fall sein. Und auch natürlich muss es nicht dem entsprechen, was die eigentlichen Akteure selber von diesem Konflikt sagen. Da muss man also sehr kritisch sein. Dann haben natürlich diese Kriegs- und Konfliktarten verschiedene Ursachen. Ich habe mal versucht, diese hier aufzulisten aus meiner Sicht, die natürlich auch im Zusammenhang auftreten können. Also es können mehrere Sachen valide sein. Es gibt natürlich meistens aber immer eine Hauptursache aus meiner Sicht. Also eine Sache ist zum Beispiel rechtliche Komponente. Stichwort Völkerrecht. Das sind einfach zum Beispiel Landesgrenzen. Wenn zum Beispiel ein Land, zum Beispiel bei China da unten jetzt sagt, hier meine Landesgrenze ist die und die. Und andere Länder sagen, im Moment, das ist ja mein Seegebiet. Das ist ein Rechtsstreit, um Territorium zu sagen, der dem zugrunde liegen kann. Es kann natürlich auch ein Religionsproblem kriegen, dass irgendwie eine Religionsgruppe mit einer anderen nicht zurechtkommt. Gab es in der Vergangenheit sicherlich auch. Wobei man oft dann sagt, dass Religion ein vorgeschobenes Motiv ist. Aber es ist, denke ich, auch oft ein Problem. Also Religion spielt zum Beispiel auch im Israel-Palästina-Konflikt, denke ich, eine Rolle. Neben vielen anderen Sachen. Dann natürlich, es kann geschichtliche Gründe geben. Ich habe mal hier hintergeschrieben, Grudge. Also oftmals ist es so, dass ein geschichtlicher Groll herrscht, weil ein Land sich zum Beispiel oder die Bevölkerung eines Landes benachteiligt sieht. Und der kocht dann immer wieder hoch. Also man sagt ja zum Beispiel, dass der Auslöser des Zweiten Weltkriegs oft der nicht richtige Friedensvertrag des Ersten Weltkriegs war. Also wo die Siegermächte einen diktiert haben und daraufhin halt in Österreich und Deutschland die Bevölkerung sehr unzufrieden mit diesem Diktatsfrieden war. Und auch in anderen Teilen gibt es immer wieder Konflikte, die aufbrechen können, weil man geschichtlich gesehen einen Groll gegen ein Land hat, und der nie irgendwie, ja, beseitigt wurde und sich da jemand dann nachteiligt fühlt. Es kann natürlich auch sozial- und kulturelle Unterschiede, ja, dem Ganzen zugrunde liegen. Wenn auch natürlich in Verbindung mit unterschiedlichen Religionsgründen. Bei sozialen Unterschieden fällt mir auch zum Beispiel ein der Rwanda-Konflikt, wo zwei Bevölkerungsgruppen, Tutsi und Hutu, gegeneinander gekämpft haben. Und da ist natürlich das Problem, dass eine Bevölkerungsgruppe etwas wohlhabender ist, geschichtlich bedingt, als eine andere Gruppe. Und das natürlich zu sozialen Unterschieden kommt und natürlich auch jetzt im nächsten zu wirtschaftlichen Unterschieden. Also die wirtschaftlichen Unterschiede können natürlich auch sein innerhalb eines Landes zwischen Bevölkerungsgruppen. Aber Wirtschaft kann natürlich auch ein Kriegsgrund zwischen Staaten sein, wenn es zum Beispiel an Wasserressourcen oder sowas geht, die knapp sind, gerade in trockenen Ländern. Dann kann das natürlich auch ein Kriegsgrund sein und wird auch dann entsprechend angedroht. Es kann natürlich auch als Kriegsgrund vorliegen, dass einfach konkurrierende Wertvorstellungen oder Regierungssysteme vorliegen. Also gerade Demokratien kommen oft mit Diktaturen nicht zurecht. Und ich glaube auch in den Politikwissenschaften ist es witzigerweise so, dass eher Demokratien gegen Diktaturenkrieg führen, was man so gar nicht denken würde. Man würde es eher andersrum vermuten. Aber ja, unterschiedliche Weltanschauungen hier und Regierungssysteme können ein Problem sein. Ebenso natürlich die Innenpolitik. Also Kriege können auch geführt werden zur Ablenkung von innenpolitischen Problemen oder von Unbeliebtheit, weil sich oft die Bevölkerung eines Landes hinter einem Politiker sammelt, wenn das Land in den Krieg geht. Das ist dieser Valley-behind-the-Flag-Effekt. Oder auch schlicht Imperialismus, weil man zum Beispiel zum Fall von Russland sagt, hey, wir wollen das russische Großreich wieder haben. Das ist cool, wenn Russland sich ausdehnt, also holen wir uns mal die Ukraine. Wir nehmen natürlich auch anderen Gründen, die hier mitspielen können. So, dann kann natürlich ein Konflikt verschiedene Erscheinungsformen, Dynamiken, Ausprägungen annehmen. Also ist der gerade aktiv oder nicht aktiv. Und wir schauen uns das mal kurz an, was es da so für Einteilungen gibt. Man gibt zum Beispiel Latent- oder Manifesterkonflikt. Das bezeichnet einfach nur die Frage, sind die Teilnehmer sich darüber bewusst, dass dieser Konflikt quasi nicht lösbar ist? Oder ist das eher ein unterbewusster Konflikt? Das wäre dann latent. Also Manifest ist eher, die sind sich bewusst darüber, dass es da ein nicht lösbares Problem gibt. Dann ist das ein formloser Konflikt. Also halten sich die Teilnehmer an überhaupt keine internationalen Regeln? Oder ist das ein internationalisierter Konflikt, wo noch auf das Wort von, weiß ich nicht, dem internationalen Strafgerichtshof gehört wird oder auf die Entscheidung der UN? Ist der Konflikt kalt oder heiß? Also ist der quasi wirklich ausgebrochen oder ist er jetzt aktiv? In dem Zusammenhang auch ist er gewaltlos oder wird schon aktiv zu Waffen gegriffen? Also oft, wenn der Konflikt heiß ist, ist er natürlich auch gewaltsam. Ist es ein dynamisch oder verhärteter Konflikt? Also dynamische Konflikt sind Sachen, die in der Regel erst neu entstehen, die noch nicht alt sind, wo sich Sachen noch verändern. Verhärteter Konflikt zum Beispiel eben wie der Israel-Palästina-Konflikt, der seit, weiß ich nicht wie vielen Jahren, ja locker 40 Jahre jetzt wahrscheinlich schon spät, und wo eigentlich die Fronten und die Ursachen wirklich sich nicht mehr bewegen. Es ist immer das Gleiche. Es ist komplett verhärtet. Ist es ein endogener oder exogener Konflikt? Ist es ein Konflikt, der also innerhalb des Landes oder zwischen den beiden Staaten entsteht? Oder wird er, wie im Fall eines Stellvertreter-Konflikts, von außen in diese Staaten reingetragen? Das wäre dann ein exogener Konflikt. Und die Frage, ist das ein symmetrisch oder asymmetrischer Konflikt? Ganz wichtig. Haben diese Konfliktteilnehmer die Staaten oder auch innerhalb eines Staates, sind die ebenwürdig bei der Auseinandersetzung? Wenn das nicht der Fall ist, ist es ein asymmetrischer Konflikt. Das ist zum Beispiel bei Guerillakriegen oder sowas so. Da kämpfen kleine Organisationen oder aufständische Gegenhalt in der Armee eines ganzen Landes. Oder es ist ein symmetrischer Konflikt, wo die Armee eines ganzen Staates gegen die Armee eines anderen Staates kämpft. So, zuletzt natürlich die wichtige Frage, die Lösung. Ja, also wie kann man so einen internationalen Konflikt lösen? Natürlich aus meiner Sicht Verhandlungen. Ja, das ist die meisten Konflikte enden in Verhandlungen. Schwer wird es aber, wenn das jeweilige Verhandlungsgut unteilbar ist. Also zum Beispiel, wenn es nur um eine Stadt geht, wie, weiß ich nicht, Jerusalem oder sowas. Da gibt es dann natürlich noch kreative Lösungen, dass man die zeitlich wechselt oder oder. Aber es kann sehr problematisch werden bei Unteilbarkeit. Ansonsten natürlich gibt es die Möglichkeit von internationalen Interventionen oder Schlichtungen. Wenn zum Beispiel der UN-Sicherheitsrat Friedenstruppen reinschickt, auch wenn die sich nicht einig sind. Das wäre von außen sozusagen eine Lösungsmöglichkeit. Eine andere Möbelungsmöglichkeit wäre ein Richtspruch. Also wenn ein Gericht ein Schiedsspruch zum Beispiel bei diesen Grenzfragen fällt. Es setzt natürlich immer voraus, dass die beteiligten Akteure diesen Spruch anerkennen und umsetzen, was meistens international nicht so ist. Die militärische Lösung ist auch eine Lösung. Also wenn einer der beteiligten Akteure sich einfach militärisch durchsetzt und gewinnt, kann sein, dass dann der Konflikt einfach mit Gewalt gelöst ist. Gelingt eigentlich meistens nicht, aber kann auch sein. Oder auch denkbar wäre, wenn einer der Teilnehmer komplett ausgeschaltet wird. Also sprich, wenn in einem Staat, warum auch immer, die Regierung dann weggeputscht wird oder mit heimdienstlichen Mitteln umgebracht wird oder sonst wie verschwindet oder abgewählt wird. Dann ist natürlich das Problem unter Umständen auch beseitigt, weil eben der Akteur, der das Ziel durchsetzen möchte, einfach wegfällt. Ja, ich hoffe, euch hat das gefallen. Das ist meine Übersicht, wie ich an internationalen Konflikte in der Analyse rangehen würde. Mit welchen Brillen und Sichten man das sich anschauen kann. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt das einfach in die Kommentare. Ansonsten bis bald. Tschüss.